Inklusive Bildung bezeichnet ein Bildungskonzept, bei dem Schülerinnen und Schüler unabhängig von ihren körperlichen, geistigen, sozialen, emotionalen, sprachlichen oder sonstigen Voraussetzungen gemeinsam unterrichtet werden. Dieses Konzept basiert auf dem Grundsatz der Inklusion, der besagt, dass alle Menschen das Recht auf gleichberechtigte Teilhabe an allen gesellschaftlichen Prozessen haben. Der Umgang der Bildungssysteme mit Schülerinnen und Schülern mit besonderen Bedürfnissen hat sich im Laufe der Zeit erheblich verändert. Diese Entwicklung spiegelt die Veränderungen in der gesellschaftlichen Wahrnehmung und Akzeptanz von Vielfalt und individuellen Unterschieden wider. Von einer Zeit, in der Kinder mit besonderen Bedürfnissen häufig ausgegrenzt wurden, bis hin zu einem modernen, inklusiven Ansatz, der alle Lernenden unabhängig von ihren Herausforderungen einbezieht, ist ein kontinuierlicher Fortschritt zu verzeichnen. Dieser Fortschritt ist durch vier Phasen gekennzeichnet. In der Phase der Exklusion waren Kinder und Jugendliche mit Behinderungen und besonderen Bedürfnissen oft völlig aus dem regulären Schulsystem ausgeschlossen. Sie hatten entweder überhaupt keinen Zugang zu Bildungseinrichtungen oder waren in Sondereinrichtungen untergebracht, die wenig mit dem regulären Schulsystem zu tun hatten. Für sie bestand kein Anrecht auf Beschulung und Bildung. Im Rahmen der Separation wurden Bildungsangebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen geschaffen, allerdings in separaten Einrichtungen wie Sonder- oder Förderschulen. Diese Trennung vom Regelschulsystem sollte eine spezialisierte Betreuung und Förderung ermöglichen, führte aber häufig zu sozialer Isolation und einer geringeren Wahrnehmung der Betroffenen in der Gesellschaft. Die Integrationsphase ist dadurch gekennzeichnet, dass Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen in Regelschulen aufgenommen werden, häufig jedoch unter der Bedingung, dass sie sich an die bestehenden Strukturen und Standards der Schule anpassen. Dieser Ansatz zielt darauf ab, Barrieren abzubauen und allen Schülerinnen und Schülern den Zugang zu Regelschulen zu ermöglichen. Die Integration kann jedoch manchmal bedeuten, dass die besonderen Bedürfnisse der Lernenden nicht vollständig berücksichtigt werden. Inklusion geht einen Schritt weiter als Integration. Dabei wird das gesamte Bildungssystem so gestaltet, dass es alle Schülerinnen und Schüler unabhängig von ihren individuellen Voraussetzungen aufnehmen und fördern kann. Inklusion bedeutet, dass Unterschiede zwischen Lernenden als normal und bereichernd angesehen werden und dass die Schule aktiv daran arbeitet, allen Schülerinnen und Schülern unabhängig von ihren Fähigkeiten oder Herausforderungen gerecht zu werden. Inklusion konzentriert sich nicht nur auf Lernende mit Behinderungen, sondern auf die Vielfalt aller Lernenden. Diese historische Entwicklung zeigt, wie sich das Bildungssystem von einer Ausgrenzenden zu einer inklusiven Institution entwickelt hat, die alle Schülerinnen und Schüler in ihrer Vielfalt umfasst und individuell fördert. Jede Phase spiegelt einen Schritt hin zu mehr Gleichheit und Anerkennung der Verschiedenheit der Lernenden. Inklusion als Endziel ist ein kontinuierlicher Prozess, der ständige Anpassungen und Engagement erfordert, um ein wirklich inklusives Bildungsumfeld zu schaffen. Das Recht auf inklusive Beschulung ist in der Behindertenrechtskonvention festgehalten. Die Behindertenrechtskonvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen ist ein Meilenstein in den Bemühungen um die Rechte von Menschen mit Behinderungen und hat weltweit zu zahlreichen Gesetzesänderungen und politischen Initiativen geführt, um die Inklusion und Gleichberechtigung dieser Personengruppe zu verbessern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017